Musik So, Speedway 1, wieder mal die 8 Ähm, wow Der Start des Tages Ja gut, dafür bin ich dem Crashstandgang Mal sehen, wofür es gut ist Was? Lasst mich durch, lasst mich durch Der rasende Asiate Ach nee, so gut dazu Danke So freundlich Okay, lasst mich vorbei Oh, der ist schon hilber Das ging schnell Das ist genug Ich meine, das ist erst die Runde 2 von 9 Und der ist schon kaputt Das ist, ähm, eine Leistung Okay, zu freundlich Geht doch nur vorbei Ich will doch nur ein Rennen fahren Und ich will nur die Typen da drüben, ähm Einfach überholen Will ich gerade gar nicht Ja genau, geh weg Einer Oh Ich bin nicht angeschoben worden Ich hab mir das gerade selber verbockt Lass mal wieder einfahren Kurven zu nehmen Das war nicht besonders Aber ich muss ja auch hier rüberkommen Nein, 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 nein Oh, da hab ich zu viel gegen gelenkt Nein, lass mich ruh da hinten Oh, schön Oh, hätte er den nicht erwischen können Ich hab jetzt beschlossen Ich nehm keine Rücksicht mehr Das muss ich auf dem Server aber auch nicht Ähm, ja Okay, ich kann noch fahren Freut mich So, ist das nicht der Der nicht gerade versucht hatte zu überholen? Doch, ne? Ist der doch Nein Nein Die Bande Die war jetzt So schlecht Eigentlich auch nicht nachzuvollziehen Warum ich die mitgenommen hab Das ist leider nicht Keiner in meiner Runde Au Ich will doch nur ankommen Lass mich durch Ich glaub der da vorne Das könnte der erste sein Das sieht doch so heile aus Und scheint so gut durchgekommen zu sein Wechsel mal wieder die Ansicht Stört diese Mutterrobbe gerade So, kommt schon Ah, der vorne ist 300 Meter weit weg Den krieg ich auf gar keinen Fall Ah, das sind aber nur noch 80 70 70 Oh 2,9 Meine Das war knapp Okay Das Wrack war wohl 9 Ich hab das richtig gesehen hab Ich muss mal wieder hier hin So, ich muss nur überleben am Prinzip, oder? Beziehungsweise Ah, sechs Sekunden schau ich nicht mehr ins Ziel Dafür ist es zu weit Ich musste jetzt noch die gerade durch Naja Geht Ist noch gar zu gut gegangen Wir sehen uns im nächsten Rennen Ciao Diesmal Tama 3 Und Ja, es fängt schon wieder an Ja Okay Okay, war zwar mitten im Crash Aber bin durchgekommen Nee Ah, ich hab auch schon wieder geschoben Ah, nicht rauskicken Naja Bekämpft euch Lasst mich vorbei Oh, das war ein bisschen stark Ich hab die Handbremse gezogen Das war Ich hab sie nur angezickt Und das war ein Decken zu viel Okay Ich hab den Mutfliegen gesehen In der Mitte Okay Okay Die Foto war zwar nicht gut, aber Ich hab sie auch recht gut nach vorne Ach, das stimmt ja Die Gruppe trotzdem noch nicht mehr schneller Ich erinnere mich wieder Oh nein Jetzt wollte ich gegenlenken Aber ich war noch gar nicht im Gerüst Hinter mir werden sie auch denken Das macht ja die Foto vorn Ja, und die Gruppe warst Oh nein, das ist ein super Und der fährt einfach außen rum Oh Einfach außen rum Weil der sich wahrscheinlich schon dachte Was macht der Zug dann Bist du gefährlich Ah, nicht schon wieder Ich muss echt wieder mit meinem anderen Auto hier fahren Und umgehen Mit den Problemen Mit dem richtig einzustellen Corona-State Oh nein, das ist ein super Geben halt im Boden Sauna mit dem Na ja, mit so ein bisschen Ähm, Ellenbogen Haben wir uns noch mal vorhin gehalten Was die anderen Warte noch so machen Kommt relativ souverän durch Oh, der hat auch einiges mitgemacht Ach, der ist noch da Okay Ja, also ich bin nicht der Einzige Der mit der Kurve Das ist eine leichte Probleme hat Wie man sieht Hey Er wollte einfach nur Stress machen Und der hat die Wand getestet Wir sehen uns im nächsten Rennen Und mal wieder die Acht Auf dem Speedway 1 Sehr weit hinten gestartet Aber das heißt ja nichts Irgendwann drückt mich da schon wieder Jetzt können wir auch ein bisschen schleunen Nein, 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 nein Nicht drehen Nicht drehen Mein Freund Ach, natürlich dreht er mich Hab ich noch mit dem Heck erwischt Wird man Ach Und wie üble Ich fahr mal hinterher Aber wir kriegen sie schon Als wären ja eigentlich alle ankommen Ja Komm mal vernünftig durch Ja 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 Gut Yeah Okay Zwei ist schon mal weg Der vor mir Hat auch Probleme Den Wagen zu kontrollieren Oh, der auch Die bekämpfen sich hart Gucken wir mal Ob wir das nutzen können Halt mich absichtlich ein bisschen zurück Ja So zumindest Toll Erfolgreich Nicht wirklich Nur einen überholt Und noch abhängen lassen Okay Da hat es zurück Kraft in der Mitte Gut für mich Ja Jetzt geht der mit Wunder So Stück für Stück Und Ist auch einer von denen Ich glaube nicht Aber ich habe ja einen Direkt vor mir Den würde noch Passieren können Das ist genau der Wo ich vorhin noch gesagt Hat der hat Problem Seine Wagen zu kontrollieren Aber er fährt Bestimmt nicht Aber so ist gut Oder sagen wir mal so Er kann sich gut durchschnecken Bitte nicht erwischen Bitte nicht erwischen Ja, danke Oder hat es einer geschafft Aus der Streckenbegrenzung Wo ist zu gut Oh, schön Zwei Mit einem Kurzen Manöver Und schon wieder verloren Nee, doch nicht Doch Oh nein Lass mich zurück Lass mich in meiner Runde zurück Ach nö Bitte nicht erwischen Danke Oh, komm Ähm 23 Meter Ist der das? Das könnte sein, ne? Das könnte schon die nächste sein Das würde wohl auch sein Ui Allerdings Ist es gerade sehr gefährlich Die Kreuzung zu überqueren Und beim Wagen geht es auch nicht mehr so Ich habe ein bisschen Probleme Gerade auszufahren Oh nee Zehnter Was ist diese Rolle? Überteuer Was die Plätze angeht Okay Der auf der Seite lag Gehörte schon mal zu denen Die Folge war Der ja auch Der wird ja auch zu denen Gerade in der letzten Letzte Runde Kann man ab und zu Noch den ein oder anderen Abstauben Ah nein Ah nein Ah Ja doch Ja doch, doch, doch Ich habe es geschafft Okay Das konnte ich mir einfach nicht mehr vergleifen Ich konnte mich einfach nicht mehr vergleifen Den da raus zu kicken Okay, schauen wir mal Wer ist da noch unterwegs? Ähm Er ist noch unterwegs Aber da sind keine Kämpfe mehr Der kann schlicht nicht mehr Das wird wohl die letzte Seine noch ein Ziel kommt Und dann Wurde ich sagen Wir sehen uns Im nächsten Rennen Bis dann Bis dann